Die Musik ist gerade so entspannend, ne? Oh, Loot! Heuschreckendenkralle. Oh, toller Loot. Ja, ich erinnere mich. Ich wollte die ganzen Waffen hier haben. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Bin so hyped da wegen der Antwort. Alles gut, kein Stress. Wie weit können wir FF7 Rebirth zocken? Nur noch ein paar Wochen. Ja, das Spiel wird mich so brechen, aber ist okay. Hat mich damals gebrochen, würde mich heute auch wieder brechen. Nur noch schlimmer, weil die Grafik anders ist. Ja, aber schön. Bin sehr, sehr gespannt. Dualität, das klingt etwas für Kisara, ne? Oder auch nicht. Oder doch. Oder auch nicht. Oder für... Okay. Okay. Nur der Schluck auf. Oh, das ist mies. Ich hatte mal eine Stunde Schluck auf. Das hat wehgetan irgendwann. Heute immer wieder mal. Der längste Schluck auf hielt 68 Jahre an. Wieso ist das nicht mehr weggegangen? Boah, das hat mich schon mit dieser Stunde richtig... Also wirklich, das war echt heftig. Das hat halt auch nur noch wehgetan. Wie kann man denn damit noch existieren? Schlafen und... Boah. Hallo, Sense. Mir geht's so lala auf euch. Geht's zumindest gut. Fühl dich gehackt. Danke für 41 Monate. Vielen, vielen Dank. Husten mit dazu. Das ist eine sehr blöde Kombi, ja. Der Typ hieß Charles Osborne 1894 bis 1991 und litt 68 Jahre lang an chronischen Schluckauf und schafft das damit ins Kindesbuch der Rekorde. Heftig. Der hat echt lang durchgehalten. Das ist... Das ist wirklich sehr... Uff. Chronisches Schluckauf. Das wird man dann halt wirklich nicht mehr los. Kann man nichts dagegen tun? Ich kämme mich halt mit Schluckauf und ich so auch... Ich weiß immer noch nicht, warum es überhaupt entsteht. Es nervt einfach nur. Da kommt irgendwie Luft im Bauch oder... Ich weiß es gerade nicht so genau. Ist da eine Krankheit? Jaja, wenn es chronisch ist, klar. Also Respekt für diesen Mann. Ich meine, man hat ja auch da nicht so wirklich eine Wahl, ne? Aber trotzdem Respekt. Dass man das so lange ausgehalten hat damit. Hey, wir wissen nicht immer zu 100 Prozent, wieso wir gehen. Dafür bin ich jetzt hergekommen. Really. Okay, wir gehen raus und schauen uns um. Okay, wir gehen raus und schauen uns um. Hm. Hm. Wie ist die Stadt? Ja. Das ist das Thema, die Geist der Reina-Güse nicht zu tun. Ich glaube, es ist schwierig. Die Geist der Reina-Güse nicht zu tun. Die Geist der Reina-Güse nicht. Es ist ein Guti. Oh? Was das tun? Du hast du gerne? Du schaffst mich! Hörst du mich! Ich bin der Reina-Güse nicht! Ich bin der Reina-Güse nicht. Ich bin wirklich vor einem Geist, den Menschen auf dem Kopf und blieben. Ich bin ein guter Reicht. Es ist auch nicht so, was ich vertreufe. Sion, ich bin sorry, ich bin okay. Ihr könnt nicht mehr schäben, zwei. Sie werden dann nicht mehr schäben. man die eine schneeballschlacht gut ist ja ist ja fies die stimme von in oske by the way ja man hört das voraus highlight im märz für mich dragons dogma 2 ja für geil so viele sachen aber ich freue mich mal wieder auf neue spiele bin ich ehrlich ich bin Nicht alles sollte Multiplayer haben, Brownie. Ich bin mal froh, wenn Spiele kommen ohne Multiplayer. Das findet das ein bisschen stressig. Ja, ich habe ja den ersten Teil. Ich weiß nicht, ob ich es bis dahin aber schaffe. Oder ich gucke mir vorher ein Let's Play an. Oder ich zeige es mal privat an. Mal gucken. Äh, Prince of Persa. Weiß ich nicht, ob ich es testen werde. Müssen wir mal gucken. Ist jetzt nicht so in dem Stil, den ich mag vom Spiel her. Mal gucken. Schalte einfach eine Story-Zusammenfassung an. Geht es schneller. Wenn du was hast oder so gerade parat, kannst du mir das auch gerne schicken. Ja. Musik Habt ihr was gemacht wegen der Antwort? Okay. Also im Grunde willst du nur einen Mech-Anzug haben und deinen Charakter halt, wenn ich es richtig verstehe, Oni-chan. Oh, klingt aber schön, sind sie ein paar Tage in die Schweiz. Und FF7, eine gute Entscheidung. Okay, ich finde die vermisste Person. P-Persion. Keine Lesung. Ich spiele es auch mal mit dem Privat, habe ihn aus einem Softblock gerettet, sonst wäre sein Spielstück kaputt. Uff. Äh? Ich spiele den Arsch ab. Decke soll helfen, habe ich. Und Wärmflasche. Und noch einen Tee. Ich fühle es. Also gerade geht es wieder. Ich habe mich wieder ein bisschen aufgewärmt. Ähm. Der Eiswüste, seine scheiß Eiswüste. Ja. Der Eiswüste. hallo da gespannen da ja nicht ja baden aber das habe ich verdrängt noch drei stunden so drei wochen nix machen merkt man seinen knochen wenn man danach wirklich knüppeln muss ja bin ich hauptgast da lang da da muss hier raus macht er da hinten schaufelt meiner kultur ist das etwas tolles ich weiß ja nicht also niemals in japan tee trinken der könig ruft nach ihm was ach der könig der eul dieser komische der gute t von onkel ja 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 ok das war ausweichen ok das war ausweichen ja 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 also jesv muß mal aus plus löcher ist klar ach du würdest also nicht mit ersten unheiten sitzen wollen es doch natürlich aber ich würde es nicht danach trinken da erdbeere kurs erse wo soll ich denn jetzt hier aber jemanden finden kann ja überall sein nicht mal erster wasser muss jetzt nicht unbedingt sein die im lachen und hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da ist eine Höhle. Okay, das muss ja hier irgendwo sein. Das ist ja die Eiswüste. Schauen wir mal. Und das ist eine Mayoneese. Das war Zorro, ja. Du musst reißen. Ich bin tot. Ich lebe wieder. Danke. Danke. Was ist es gibt? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das war's für heute. so h kriegt mir kriegt mir nicht kriegt mich nicht ihr kriegt mir nicht aber ich krieg den loot okay die kriegen mich egal ich hätte gekämpft müssen wir sind stärker werden aber er ist der loot jetzt ist der Das war's für heute. Hallo Jost! alles klar nicht schon dank dass du da war es ist mit dir sind direkt denken nur an essen machen sie angelt auch noch beste und sie kann nüsse knacken ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Ich mache die Schion! Ich mache die Schion, ich bin IT! Sie können sie einfach viel Courten förbauen. Das ist das! Gegengift schneiden. Ist ja nackt. Der sieht nackt aus. Okay. Oh, der stöpfne. chris so berlin masse irgendwas haben keine art wo ich da vorgelesen okay der ist nicht nackt er hat nur weil okay heilung ich heile dich das katt ja 薬層を取りに来たんだが怪我で動けなくなってしまって na ひょっとして anta da na jinの友達がいないか na naぜそれは no人が やっぱりか その友達に頼まれて探しに来た aいつが 馬鹿なことを 町の誰かに知られたらどうする気だ aんたのことが心配だったんだろ 歩けるか 一緒に町に戻ろう いやシスロデンにはいけない 我々レナ人は締め出されているからな 私は山の隠れ家に戻るよ はいつによろしく 伝えてくれ we w te ale super まずはレナ人ともなかったわ マサカレナ人ともなかったわ 我々を通るのも 無理からの話だ どういう関係なのかしら それはいらににから聞けるだろう フッ 嫌なよかしかしないぜ ふっ さけたほうがいいかも Der sieht stark aus. Ich erinnere mich ganz dunkel, war das nicht der, den wir in der Hauptmission versucht haben zu bekämpfen? Also im Hauptspiel. Level 80. Warum sind da noch andere Gegner? Was soll denn das immer? Diese Lotte, hilf mir! Nur einen haben wir, wo ist der andere? Mal erst mal die hier. Drei? Ich sehe nichts, das ist zu viel! Wohl Hilde, auch schlimm! Mit dem Namen sehr oft, Lieselotte. Es gibt sehr schwierige Namen. Mieselotte! 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 Ich habe gerade einen Konzertruf. Er bloque, aber es ist nicht nur ein Konzertruf. Ich habe die Hälfte. Jetzt rastet der aber ein bisschen aus, ne? Diese Leute, hilf mir! Das nimmt alles seinen Gang, ne? Scheiße, ist ja das tot. Holy shhh! Ich kann da nicht auswählen, krass. Aber der heißt ja auch erbarmungslos, also. Passt ja. Oh, der fixiert mich an. Oh, der fixiert mich an. Ja. Oha, oha, oha. Diese Leute, lass das. Ich bin keine Chance. oh mein gott ernsthaft ernsthaft jetzt wow bodenkobold ja jetzt sind ja auch und mal keine chance ich kann nicht mehr schlecht ich muss auch dringend einkaufen das war jetzt doof zu kurz bevor wir es schaffen ja 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 Ja, die Runde können wir vergessen. Also er ist machbar. Aber jetzt haben wir halt keine Heilmittel mehr. Ich warte, bis das hier alles zu Ende ist. Los, diese Lotte! Nur noch Shion da. Äh, ich meine, da ist niemand mehr. Oh, sie lebt noch. Cool, die verschwenden meine anderen Sachen alle. Shion, lass das. Danke. Der Boden ist sehr bequem, ja. Ich könnte hier ewig liegen. Ach, dieses blöde Dreck, Shion da. Was immer, diese Lotte, nennen siamo nur noch Schücher. Vielen Dank.